hallo meine freunde herzlich willkommen zurück zu twilight oracle yo wir haben käse hart wie stahl na wir sind letzte folge hier stehen geblieben und wurden von unserer olivia ausgeschlossen und jetzt stehen wir hier vor einem portal dass man wahrscheinlich beschreiten können nur ein kieren wird mich wieder auf ok kieren pro an making things go boing gong and clean es ist schließlich wenn i fumble und drop the dumb bell barra singen und das dann in front of girls chains haben ich hoffe das ist eine der stunden wir haben wir sollen das zum klingen bringen das geheime ist um das geschehen Okay, das heißt, wir müssen irgendwie... Ich weiß es nicht. Wir haben ein Seil. Hier haben wir einen klebrigen Baumsetzling. Ansonsten haben wir hier nicht viel. Ja, jetzt ist heute die Frage. Irgendetwas wird sie wohl sein. Irgendetwas wird sie wohl sein. Ja, was? Wie haben wir noch... Das musst du ja eigentlich... Ah. Das ist wirklich. Na, freilich ist der Meisel zuerst. Gut. Zum Süßen. Alter, was? Was hat der Mensch zu sich genommen, als er das programmiert hat? Ja, das... Ja, das... Bouncy Jell-O, towering Milkshakes, giant Lollipops. Ah, das hat der Zucker-Code-Fantasy also eigentlich. Pfefferminz-Steak. Alter... Er ist der Milkshake, nicht der Milkshake. Eine zuckerbeiztete Blitz. Das muss die Mutter von allen Milkschäken sein. Geh über, normalerweise Lollipops. Wir sind jetzt in Kandyland, wo Lollipops in Astronomicals mäßig sind. Völlig unpraktisch. Ein Jiggly Behemoth. Es hat mehr Wobble als in meinem Belly, wenn es voll von Jalapenos ist. Hey da, ich bin Peppermint Pete, der Prinz dieser sugaren Land. Ein Pfefferminzbeet. Ist das nur die gleiche Stimme wie der eine? Der Faun? Oh, ist Pepperminzbeet? Ist das nur die gleiche Stimme wie der eine? Der Faun? Ja, ja. Wahrscheinlich. Wollt ihr nicht so ein Gumdrop-Pete? Sie sehen, dass du alle Gumdrops gehst? Jetzt, das ist einfach schrecklich. Ein Pfefferminzbeet, ne? Ja, das ist so dumm. Okay. Don't tell me you've never read about me in books. I don't really do books. Why would anyone write about Pipsqueak like you anyway? How rude! Don't listen to him, Peppermint Pete. This boy is clearly jealous of you. Me? What do I have to be jealous about? You're not the Prince of Camberland. Or as dead looking. Was is mit dir? Kann sie nicht so nur laut sprechen? Oh, please. I have to be jealous of you. At least I have a shirt on. And hey, beauty is totally subjective. Just so you know. But I have to say, this place is like a fantasy. You'd want to live here, wouldn't you? No. You bet. If you want to be a citizen of Candyland, you must obey all of you. Okay. What are your rules? You must never pick your nose in public. Or chew gum while making faces in the mirror. And then nose picking in public? I mean, come on. Seriously? Yeah. Yeah. Oh, and you can't bathe naked in the pink raspberry juice pools. Or shampoo your hair with lemon flavored Jell-O. It's a hard and fast rule. Candyland? Oh, like Goofytown. Them's the rules. And there are more. You must never offer ducks pickles. Or kiss a puzzled horse. What's that? Wait, wait, wait. I should see if you start writing these down. Who can remember all this stuff? And don't even think about dancing with mice. Tickling owls or giving into the urge to scratch your bum. Whoa, whoa. Never scratch your bum. That's pushing the limits of reason. Who can go a whole table without a bit of scratching? Unless your peppermint peaks. You must always keep your shirt on. Unless it's really hot. But only if it's winter and the year is 1954. Huh? Wait, wait, wait. Ich bin jetzt schon komplett ausgestiegen. Bei den ganzen Dialogschreiber. Alles lieb und schön, die wir entwickelt. Aber was will mit der ganzen Scheiße? Und immer mehr schaltet mein Hirn eigentlich ab. That's it, right? That's the entire Codex of your rules. Yep. Though I have the right to make up more as I go along. Of course you do. By the way, I see you've used our lollipop portal. So, if you ever want to go back to where you came from, simply kiss the lollipop to activate the portal. So, you're a cheerleader? Absolutely. Cheering on our amazing Peppermint Pei. That boy over there? Cheering for what? Eating candy? I get scolded for that. Talk about being born in the wrong world. Well, if you're not eating candy all day, what do you even do? Ah, not much really. When I don't catch waves on my surfboard, I'm underwater. Mostly, I just lounge under the sun. But right now, I'm on an epic quest to fulfill an ancient prophecy. An ancient prophecy, you say? I can see you there. I'll take these pompons for you, like a squirrel, on a caffeine rush. Ai, ai, ai. Ja, und, wo du es jetzt? Your quest deserves some serious chance. Get ready for some pompom action. Ja, ich hätte jetzt gedacht, sie bewegt sie mal. This kid comes up with the silliest rules. But hey, I guess you can do that when you're the prince of Candyland. Who needs a slip and slide when you've got an ice cream puddle? Riesige Waffeln. Look at him, deep in a sugar coma. A true connoisseur of sweet naps. Just like me after a dessert marathon. I'm gonna go back home. To the Himbeer field. Okay. Ice cream. Wenn ich mich direkt unter dem Glas positioniere, dann wird das Melting-Ice-Kreis direkt in meine Hälfte Talk about Dessert-Delivery, mit zero Effort Ja, das ist die gute Dinge Die Maschine ist broken, es ist ein Stück Ja, Lazy, okay Die Maschine ist broken, das ist ein Kuchen Das ist genug Kuchen, um mir ein Leben zu dauern Ja, aber der muss nicht schämen oder nicht? Well, zumindest bis zum nächsten Jungs, wenn sie sich umfassen. Ich habe einen sehr süßen Kuchen Hm, was ist das sechste Kuchen, die benutzen, um diese riesigen Raspberries auszupacken? Hey, du bist der neue Kind auf dem Blog, hm? Well, ich glaube, ich bin So, was ist das Problem mit leben in den Landen von Candy Cane und Gumdrops? Well, let me tell you, it's not all sunshine and lollipops These super-sized raspberries right here? I fight off those sneaky raspberry fruitworms to protect my crop But there's a problem But there's a problem The icky chemical pesticides I used to zap those pests The bees are totally allergic to them Like... Achoo! No, no thanks Hm... Was ist das nochmal extra durchlesen, weil... And you can't have raspberries without pollination, you know? It's a real pickle It's a real pickle Ugh, pesky worms Can't live with them, can't live without them Well, actually, I could definitely live without them So, what sort of those raspberries? Do you bake pies or something? Pies? Who do you take me for? Your grandma? I turn them into candy, of course Here, give one a try Sweet! I can never say no to candy Or to a contest to see who can spit the fathers They usually come out on top The candy is sooo sugary It'll keep your tongue doing cartwheels Ha! My tongue's already an acrobat Alright, enough candy gymnastics I'll save the rest for later This must be one of the pink raspberry juice pools Peppermint peaks that I can't swim naked in Ah, him and his lame rule book Well, I'll show him I'll swim here and every raspberry pool I can find But that can't wait for later I'm on a very important quest right now This Jello is making my Jello cravings go off the charts Looks like there are people inside What's this, a Jello jail? Wait a minute I know them! It's Jill and Marcus in there How did they end up being encased in this jiggly Jello? I have to get them out somehow Mhm Elastische Feder Hm, a lone spring It's bouncing with potential Check out this letter And to think I catch flack for leaving used tissues scattered about Or the occasional cherry soda can under the bed It says in fact Devil's lemon soda 10% fruit 90% acid No wonder Peppermint Pea has got a mouth full of cavities slapping down that stuff Okay The size of these cherries Reminds me of a seriously just a bull I saw once on a farm And now Let's avoid using the spring here I'm not sticking the spring to that Hm Gut Ja Puh Gibt's sonst noch was zum Himbeerfeld? Gibt's Gibt's da noch irgendwo? Einen weiteren Weg? Habe ich da irgendwas übersehen? Hey, meine Freunde sind in Jello Ah Ja, es hat zu getan Huh? W-what do you mean had to be done? These goons showed up about a month ago Calling themselves Magisberries Or something like this An emulna Magisberries? Ah, you must mean the magistrates Yeah, that's it They said some kids would show up soon Okay Then the Magisberries threaten to steal all the candy Unless I trapped those kids in Jello So you see, I had no choice But that doesn't make any sense The magistrates sent us on a mission Why would they try and mess it up? Well, whatever You have to let my friends go No can do Or is it no can do? Anyway I can't let the Magisberries swipe our shoulder We live on that stuff I can't let you keep my friends Jello trapped It's not right Hmm Let me ponder on this sticky situation for a second Listen up We kids of Candyland They hate cavities They are the absolute worst So here's the deal I need you to bring me some supplies to fight those pesky cavities If you catch me Coconut oil A licorice root Salt And some green tea All the good stuff to fight cavities I'll set your friends free from the Jello trap Okay Kokosnuss oil, a grizz, a salt and green tea And where am I supposed to find all that stuff? Beats me You're the one on a quest Alright, I'll be back in a flash Hmm Giant lollipops Time for a live log According to Okay Yeah, now I'm here again But I don't really need anything Olivia lock the door Shutting me in She believes this little maneuver will earn her lifetime supply of favor points with the magistrates I'll find my escape route and give Olivia a listen in Houdini 101 Let's avoid using this Hmm The only thing that would break if I punch that Huh He's quite hard and solid have some Have some Die Maschine ist verbreitet. 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 Ein stabiler Stein. Warte mal, kann man... Ah, hier ist die Angegnerin. Logisch. Und jetzt können wir runter. Schau an sie. Okay. Ah, das heißt wir können wieder unter Wasser gehen, da ist eine Trumpete. Puh, ja, puh. So. Gut Freunde, was soll ich sagen? Ich glaube wir werden hier mal ein Ende machen. Ich merke, das ist mir alles ein bisschen... Die Dialoge da oder eben der Ding, das hat mich komplett rausgebracht. Also keine Ahnung, was man sich bei sowas denkt teilweise. Also einfach komisch geschrieben halt und keine Ahnung, was ich... Ewig in die Länge zogen. Ähm, wir machen in der nächsten Folge dann gemütlich weiter. Dann werden wir da schon einiges hinkriegen. Und ja, seid mal nicht böse. Es ist ein bisschen kürzer. Ich hab ein bisschen wenig Zeit heute. Aber ich musste unbedingt noch eine Folge machen. Jetzt ist sie draußen. Und in der nächsten geht es dann weiter. Ich sag auf jeden Fall danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. .